Hallo miteinander, nur kurz für euch zur Info, über die Ostertage wird es täglich nur noch eine Folge geben, bis einschließlich Dienstag nächster Woche, denn auch ich habe Familie und die erwartet meine Anwesenheit, dementsprechend habe ich nicht so viel Zeit aufgezeichnet, ich hoffe ihr seht es mir nach, ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest, schöne Feiertage, genießt die Zeit und das war's auch schon, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.